Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella, du bist der Beste, Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch, Elias. Ich bin ein großer Spaß und ich sehe dein Video auf YouTube. Also Chat, für euch jetzt. Wir machen heute ein Mario Kart Elie Gella Cup um 6.000 Euro Sponsor. Ist ADAC, solche Macher, dass die den Spaß hier mitmachen. Waren schon mal auch bei meinem Mario Kart Cup hier Sponsor. Sind sehr, sehr froh, dass die am Start sind. Da komme ich später noch dazu. Es werden zwei Teams gewählt, beziehungsweise es wird gerade also zwei Teamheads. Und die wählen dann, wie in der Schule, immer einen nach dem anderen. Dann werden verschiedene Rennen gefahren und das Gewinnerteam bekommt 6.000 Euro. Das heißt, jeder aus dem Turnier bekommt 1.000 Euro. Wir werden mehrere Rennen fahren und ja, ich freue mich immer auf die Elie Gella Cups in Mario Kart, weil die sind immer so gitschelt. Es sind zwei Teams, Preisgeld ist ganz locker aufzuteilen. Es ist eigentlich selbsterklärend Mario Kart, das ist immer sehr, sehr geil. Und heute werde ich ein Auffahren. Ich werde heute mein Team nach vorne pushen. Ihr denkt vielleicht, ich bin washed, aber ich bin fucking underrated. Ich bin Kroatien 2018. Also Chat, ich habe es vorhin schon gesagt, ADAC ist Partner. Guckt sie euch an die Seite sogar. Panne, Unfall, respawnen mit Hilfe des ADACs. Die ADAC-Mitgliedschaft für junge Leute bis zum 23. Geburtstag maximal für 29 Euro im Jahr. Okay? Ihr könnt es euch ausrechnen. Das sind ein paar Döner und ich sage euch so, wie es ist, man hat ab und zu leider Probleme mit seinem Auto. Also checkt das auf jeden Fall aus. Ich bin sehr froh, dass sie hier heute am Start sind und Partner sind, des Öfteren übrigens schon. Ich hoffe, da wird es in Zukunft auch weitere coole Aktionen geben. Ihr könnt euch gerne mal hier alles durchlesen. ADAC, Young Driver Mitgliedschaft. Du bist über 18 Jahre und hast dein Führerschnitt schon länger als ein Jahr. Dann ist die Young Driver Mitgliedschaft genau das Richtige für dich. Wenn ihr einen Partner habt, einen Platten, was auch immer, die sind für euch am Start. Wir sind da, wenn du unterwegs bist. Macher. Ich komme dazu später nochmal zu einem anderen Angebot für die Leute, die hier vielleicht nicht gerade 23 sind. Oder, ne, schon ein bisschen älter. Da gibt es nämlich auch schon coole Angebote. Man braucht sowas wirklich immer, wenn man mal unterwegs ist. Man will es eigentlich nicht, aber es passiert ab und zu mal, dass das Auto Probleme macht. Keiner will, dass das Auto Probleme macht, aber es passiert halt nur was. Was soll ich euch erzählen? Ach, lange. Ja, scheiße, ich bin Rentner. Weepers wird heute letzter mit Ansage. Ja, ich glaube, der Mann wird schon trotzdem weiter fahren. Also weiter vorfahren, aber die kriegen das hin. Ähm, ich komme aber nachher auf jeden Fall nochmal zu anderen Angeboten. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt für die Leute auch hier. Weitere Tarif für junge Leute. Führerschein Neulinge. Mofa-Rollerfahrer. Teilnehmer am begleiteten Fahren. Reisefans ohne Auto. 0,29 Euro. 0,00 Euro im Jahr. So, sind die jetzt hier mal alle ready? Fahrro und ich. 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 Und er will anfangen. Ist das gerecht? Nö, ihr müsst eine Münze werfen oder so. Ich auch. Lass die Münze. Der Typ, der Kinder verarscht, will Münzen werfen, ne? Gut, ich werfe eine Münze jetzt. Na, oder? Ich bin wieder, ich bin wieder das Problem. Der Reapers wirft eine Münze. Nein, nein, ich meine. Aber gib mir kurz 30 Sekunden. Ganz kurz 30 Sekunden. Was nämlich auch noch wichtig ist, ne? Dass nicht nur Leute hier, ähm, was von haben, wie gesagt, die 23 sind, sondern wir kommen später nochmal zu Leuten, die auch älter sind. Egal, ob man nämlich mit dem eigenen Moped fährt oder mit was anderen, ähm, von den Eltern oder von dem Kumpel, man weiß ja nicht, ne? Ganz genau, das ist, die Mitgliedschaft ist nämlich personenbezogen, das ist auch nochmal ganz wichtig. Das heißt mir, Lina, wenn du mit meinem Urus hier durch die Gegend bretterst, ja? Oder irgendeine Scheiße machst damit, dann sind sie trotzdem für dich am Start, wenn es personenbezogen ist, wenn du natürlich da was gemacht hast. Ich feuer ab. Ich nehme meinen Mindset-Bruder Sane in mein Team. Blöwe, rede. Okay, dann nehme ich Willi. Nee. Dann nehme ich Rojo. Okay, wir haben Verlust. Ja, oh. Fabo, bitte, ich will gegen ihn. Du kannst auf mich zählen. So. Dann nehme ich Miki. Scheiße. Ja, das ist jetzt mein Freund. Nimm Medi, nimm Medi, nimm Medi. Nein, nimm mich, nimm mich. Ich bin auch gut, hallo, hier. Medi, Eldos, Musti. Wer ist noch da? Easy. Hier, hier, ich, hallo, hallo, hier. Edis und Boko, aber scheiß drauf. So ne Scheiße. Ich bin hier gut, ich bin gut, man. Ist das verarscht der Kinder oder? Nimm Medi, nimm Medi, Fabo, nimm Medi. Okay, die sind. Okay, nimm Musti, oder? Kein Musti, ihr P*****. Der ist noch alles üblich. Ey, Musti, bist du gut? Edis. Edis, du kommst. Ist dein Team gut? Ja, willst du mich warten? Ja, ist noch gut. Der ist auch dabei, Eldos Pferd auf dem Brief. Hä? Was sagst du? Eldos Pferd auf dem Brief. Ey, mach doch mal, mach doch mal, wir wollen starten. Okay, okay, da will wir Musti, komm. Nimm Eldos, nimm Eldos, ganz klar, Eldos besser, Eldos besser. Safe, Eldos. Dann nehm ich, dann nehm ich Krokobas. Okay, nehmen wir Edis. Wir nehmen Eldos, ne? Ja, und Edis, Edos und Edis. Edis, haben wir jetzt als letztes? Bin ich jetzt echt letzter, Jungs. Habt ihr mich jetzt wirklich als letztes gewählt? Weltstark. Dankeschön. Jetzt als erstes reingesignet. Das hat ihr gehoffen, Bruder. Edis, du schaffst das. Wie glaubt man an dich, Edis? Nein, wie glaubt man an dich? Edis, schau mal WhatsApp. Bruder, Edis, du musst es nicht uns beweisen, sondern den anderen. Rede, rede. Weißt du? Ja, ja, du zeigst den anderen jetzt, was abgibt. Sechs Rennen? Dann lass aber, wer zuerst fünf hat. Dann lass machen, weil da kann man auch gut aufholen. Ey, wir sind alle fett im Team, ne? Wer zuerst fünf Rints hat, sechs Rennen, Punkte werden zusammengerechnet. Wir machen nicht diese Minispiele, sondern nur Rennen zählen. Okay, nächste Frage. Immer Zufall, immer Zufall. Ganz kurz, aber dann, wer zuerst vier hat, oder? Weil wenn wir drei haben, können die anderen auch drei machen. Aber wenn du fünf hast, ist es also... Nein, wer zuerst fünf hat, war doch... Wer zuerst fünf mal ein Rennen gewonnen hat. Ey, Jungs, jetzt bei allem Spaß. Jetzt geht's um Geld. Ja, Mann. ADAC, gib. Rort und... Ich hab nur Angst vor Rort. Rort ist echt nicht mehr so gut. Ey, ich glaub, Kroko cut komplett, ne? Ich glaub, Kroko wird komplett scheißen da drüben. Rort hat doch wieder Mindset von einem kleinen Köter, ey. Das ist doch einmal eine Rote oder Sau. Ja, stimmt. Wir sind Rote, ja. Ja, Rote. Rote ist wirklich... Ich bin Rort, ey. Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Okay, okay, okay. Pop auf der Eins, Rort auf der Zwei. Kaff der Eins, Pass. Ja, was? Rote, war ein Meter. Ja, der Porsche ist nicht alleine. Hast recht. Rote von mir. Abort, kick. Ich bin zwei, ich schütze dich. Ich schütze dich, ich schütze mich. Ich hab tröte, ich hab tröte. Da geht's nämlich. Erste, ich bin hinter dir? Wie passt es bei dir? Was soll ich tröten? Nein. Der Miki ist auch bei dir? Abgekackt. Ich bin auf der Zwei. Gut. Ich bin auf der Zwei. Warte mal, ihr Dinger. Rote ist hinter dir, Willi. Ja, Halt, 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 Halt. Halt, 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 Halt. Halt, 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 Halt. Halt, 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 Halt. Ely, mach seine Banane weg. Ja, warte. Ihr seid alle vorne, ne? Das ist gut gerade. Ja. Oh mein Gott, Bruder und die Arme. Es fängt schon wieder an, Bruder. Bruder, es fängt schon wieder an, Rakete und... Aber es ist die zweite Runde, es ist nicht die letzte. Oh mein Gott, was? Ach, Bruder, jetzt war ich ganz ehrlich. Hä? Alles gut, wir sind mit hinten. Alles gut, wir ficken die. Wir kriegen jetzt alle Raketen. Aber Bruder, was ist das denn? Rakete geht von der Mitte weg, die Mitte weg. Ich hab auch Rakete, auch Rakete, auch Rakete. Oh mein Gott. Wir sind auf der Tür. Ist die blaue für wen? Nein, das ist von mir, das ist von mir. Okay, wir können das noch nehmen, sag ich. Zweig, Blitze? Ey, wir haben klasse Geschenke jetzt, sag ich. Wunder, 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 Wunder. Ich krieg's auf dein Herz, da muss noch mal ne blaue vorgefeuert sein. Ich hab Sternen, pass auf. Ja. Äh, das bist du mute? Ich hab auch Sternen, ich hab auch Sternen, Leute. Hä? Hätte ich? Fabo, dann sag, wenn du vorbei fährst. Ich kenn so aus. Fabo, bitte. Da kommen wieder zwei Raketen von dem Bruder, das ist krank. Ey, ich schwöre. Ach so, Jungs, erst mal Ton jetzt. Da ist am Ende irgendwie rein. Digga, ist das krank. Ach man, Digga. Ich hab mal helllos rein. Ey, ist das krank. Ja, das ist krank. Alter, zwei Raketen, Digga. Zwei schicke Raketen. Bruder, es geht nicht mal... Äh, es geht nicht mal darum, über die Raketen. Es geht darum, dass die die zwei Blitze hintereinander kloppen. Ja, aber ist nur ein Rennen. Ja, egal, weiter, weiter, weiter. Aber wer von denen hatte denn bitte zwei Blitze? Und ihr müsst überlegen, die waren erster und zweiter, Bruder. Die waren erster und zweiter und hatten trotzdem zwei Blitze. Ich glaub, Miki... Ich bin Kroatien, Pat. Ich komm doch, ich komm doch, ich komm doch. Also noch zwei. Bruder, Eros. Ich labe ihn dir. Ich bin nicht erster. Oh mann. Ich labe mir Reapers. Ich hab 10 nochmal gefickt. Oder... 9, 10... Ich fahr zwei, drei Runden immer. 1, 2, 3... Ich hab die komplett gefickt vom Ziel, Jungs! Der Jungs, Reapers. Das ist hart. Nein, 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 nein. Das ist immer in diesen Cups. Ich fahre drei Runden lang auf 1, 2, 3 und dann werde ich gefickt und bin 8. Ach, Digga. Es ist Gänsehaut pur. Das geht's nicht am Ende, ey. Am Ende geht's nicht. Der Karl ist krank, Chat. Ey, Jungs, bitte, komm doch mal. Ey, das ist 1200 Euro, ne? Das ist, du weißt das, ganz genau. Spiel und dein Leben. Ey, Jungs, hört mir mal bitte zu, wenn ihr auf 2, 3 seid, probiert nicht großartig zu attackieren, sondern probiert zu safen, ja. Und wenn einer Mitspieler hinter euch ist, soll er euch dann safen. Ja, ja. Ja. Schön. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wie alt, ne? Ja, wie alt, ne? Du Bastard! Sag ich, da krieg mal hier bitte zu. Oh, Bastard! Okay. Und sind immer die Münzen mit. Ach du Scheißer. Bisschen Schles mal vorne bei dem. Aber das ist doch nicht normal, ich hab... Ich bin drei, Jungs, wir sind 2, 3, 4. 2, 3, 4, ja. Okay, Geller, ich verteid, ne. Ja, das ist ganz gut. Platz. Ich hab Feuer, ich hab Feuer. Mann, da hinten, ja. Ja, mach ich. Ohhhh. Ach, Diga, das ist so dumm immer. Oder es ist so eng, oder? Ja, ist so. Geh mal weg, Eldos, geh mal ein bisschen links weg. Oh, ich hab drei rote, will die hinter dir? Ja, dann schießt, du triffst mich ja eh. Ja, mein Block. Oh mein Gott, perfekt. Nein, also... Und für mich, für mich. Oh mein Gott. Das reicht doch mit den Items. Die Raketen auch, Alter. Guck mal. Die haben alles. Das sind meine Raketen. Ich schaff das nicht. Und ich komm noch eine Rakete. Egal, wir haben wieder zwei, drei. Ich bin auf drei. Oh mein Gott. Bruder. Ey, ich schwöre, dass ist krass. Ich schwöre. Ja, aber wer ist denn... Wie kann das sein, Bruder? Pfeifen. Kala-Wiler. Pfeifen. Pfeifen. Ja, ja. Pfeifen. Ich bedanke mich, was hat man eigentlich итог geworden? Bruder, ich war auf drei und wurde jetzt wieder auf acht. Ey, Micky ist die ganze Zeit letzte und triffst nicht alle. Bruder, was macht Weeper da vorne? Das ist krank. Wie, Micky ist letzter? Ja, da ist Leute. Ja, da ist Leute. ich wurde ich kann nicht ich kann nicht mal drei plätze gut aber man kommt drei rote von vorne ich kann nicht mal was dafür aber nie gesehen noch nie im lebenden kapitel jungs wer ist denn wie fährt den weepers digga der verarscht kinder ich habe ihn ich habe ich habe nicht einmal gesehen jungs sport am er wirklich wenn es ist schlag was nur weepers also ist auch schlagbar wenn du zwei blitze hast oder möglich das fühlt sich hier gerade an die kassierung spielen ja ich alles anspannen der abend ist noch jung der abend ist noch jung die drei und hinter mir sind 2 die pilze überall 12 aber wie kann ich ja wenn es einer von uns war ich habe einfach gesagt ich bin zwei ich bin zwei das ist alles sehr eng gerade hier geht es nur um geschenke aber ich bin nur blitze die ganze zeit bitte Jetzt ein Blitz und wir haben gewonnen, sag ich. Ich klau mit einem Geist eine Minute. Digga, dieses Spiel... Oh, ich bin grad... Wirklich, mir wird wieder richtig heiß, ne? Mir wird wieder richtig heiß gerade. Bruder, der hat zwei... Digga, was hat der? Eine für den ersten. Bruder, von hinten auf einmal 40 Rote. Ich hab's hängen gefickt. Ja, nice, nice, nice. Ich bin zweiter, dritter, vierter. Zweiter, dritter, vierter. Das war stark. Digga, ich hab richtig viel noch gefahren. Digga, das ist so krank. Bruder, wie kann man denn in einer Runde so viel Kass... Verstehe es nicht? Ach, Bruder, ist aber auch nicht tragbar. Ey, wie kommt das aber? Reapers, ja? Der Reapers wird die ganze Zeit Erster. Wurde er wieder Erster? Viermal Erster? Ey, Fabio, danke, dass du mich gebetet hast. Wie viele Rennen? Scheiß mal auf diesen ersten Cup. Ja, Bruder, wir brauchen fünf. Hör zu, dann sagen wir uns jetzt auch alle schon mental... Goodbye. Ja, ja. Ja, ja. Goodbye, goodbye. Ist okay, Chat. 1-0. Nach 10 Minuten steht's jetzt. Es steht 1-0 nach 10 Minuten. Man muss fünf gewinnen. Man muss davon fünf gewinnen. Na, vielleicht hab ich den Bären geweckt. Aber hat der Cheats an? Ich schwöre, der war nicht so gut vorhin. Er war... Die letzten drei Cups war ja nicht gut. Real talk. Das stimmt, ey. Du hast ja recht. Hat er jetzt Cheats an gemacht, oder was? Ja, Danny war... Ja, Danny war... Fabio war auch besser. Digga, Willi und ich waren besser als er in den letzten Turnieren. Soll nicht sein. Ehrlich. Ehrlich. Der hat doch Cheats an. Gut, Willi? Hast du gesehen? Guck mal. Ja. Das geht denn hier an. Ach, Bruder. Aufm achten... Ich glaube, der cheatet echt. Ja, der cheatet. Ich hab grad ne Rot reingedrückt. Der ist einfach wieder vorne. Wie geht das? Tod? Eins und zwei. Einzelne Worte, der sind so krass. Guck mal, das geht noch los. Boar, ich hab' eine Haltung. Das geht's gut. Ich hab' äh' rott gefickt. Ich hab' äh' wirklich fühlte mich. Winklang. Ich hab' gebgt. Ich hab' gebgt. Ich habe eingesteckt. Da muss doch wieder Prozenten haben. Ach, Bruder, ich glaub' ich hab' einmal 1 HitGard! Ich hab' drei. Drei. Amide Los? Das ist wieder der Erste? Ja. Ich werde das Zweiter. Ich werde das Zweiter. Ich werde das Zweiter. Okay, ich bin drei. Ich habe vier Rot, ich attackiere den Bastard. Mach, mach, mach. Eine für Blauen. Ach, für uns sage ich. Mann, Digga, das kann doch nicht sein. Ey, wirklich für uns, wirklich für uns. Wie geht das? Oh, ich hatte vier, ich hatte nicht. Guckt euch das an, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ey, ich kann nichts dafür, ich bin nur gut gefahren. Und jetzt, ich habe mich etwas getroffen, ich habe mich etwas getroffen. War wohl, Mickey ist hinter dir. Es ist so krank, Bruder, ich bin auf drei und jetzt bin ich auf acht. Ich hatte so krass. Bruder, wie weit vorne ist der, Digga, wie geht das? Ich bin auf drei. Kann ich nicht in Worte fassen. Ich habe fünf, ich habe Mitte. Kann ich nicht in Worte fassen, wie ich von der drei so runtergefallert werde. Ach, Jungs, ich war Zweiter, kriege einen für den Ersten, werdet Neunter. Ja, ich kann das alles nicht mehr. Alter. Doktor, entschuldige dich. 40 Punkte. 40 Punkte geht sogar. Wie viele Runden haben wir noch? Der wurde, der wurde fünfmal Erster. Medi, du weißt, ich mache, ich meine das nicht böse. Einer schreibt, was machst du? Du bitte regt mich nicht auf, Benni, ich scheiß auf deine Punkte. Ich bin Zweiter, was soll ich denn machen? Wenn ich einen für den Ersten bekomme, was soll ich machen? Hä? Und dann? Dann bin ich Siebter auf einmal und dann kriegst du noch einen ab. Kann man Werbung für Subs reindrücken? Für die ganz Harten? Geht das? Vereinzelt? Kann ich Benni eine Werbung reindrücken? Geht das? Nein, ne? Mach mal abwehren, ja, oder? Hol ich mir einfach eine Tröte aus dem Arsch. Egal. Komm, siehst du noch mal ein bisschen Präsenz zeigen? Ich zeig dir gleich alles andere als Präsenz, ich raste hier gleich aus, ich schwöre. Es kann nicht sein, dass Reapers, wir müssen ihn einmal, dass er Zweiter wird oder so. Das Problem ist, man kommt nicht ran, er ist gerade wie Cristiano Ronaldo. Er startet jetzt auch mit 1-2 und dann ist er direkt vorne, kriegt den Schub. Ey, Bruder, was sind das aber für Näppchen? Ja, ja, ja. Das ist auch gerade krass, ja. Oder ich... Schatz, richtig. Guck mal. Warte. Oh Gott. Im Anschluss kann mich einer hier noch als Bastard betiteln. Cooler. Ich kann einfach nur nützeln. Gut, Fabo, ach guck mal, Miki, du fettes Vieh. Boah. Ey, Reapers the Lord, 1-2, das gibt's nicht. Ich würde rein. Aber Eli, du kannst mich doch nicht anfangen. Oh, doch. Ich hab gesagt, ich würde rein. Ich hab gesagt. Nein, ich mach doch ne Challenge um Schärfe und du würdest rein. Lass los, du wirst die scheiß Chili fressen. Die haben 500 Punkt gemerkt. Nein, ich bin viel besser. Ich geh doch um 1-1 gegen Eldos. Gegen Eldos? Äh, gegen Roat. Roat, Roat, Roat. Äh, Eli hat. Was? Ey, Bruder. Ich hab' mit'n Stern voll. Ich hab'n selten. Ohhhh. Ich hab'n Fick, Digga, wo ich sicher bin. Ey, erster, zweiter Roat und äh, dienst. Ja, oder? Medi halten, halten, halten. Ja, ja. Ach, Miki. Okay, eigentlich ist ADAT mein Partner hier heute. Meine Rakete, wie sieht's aus? Hier nicht. Boah. Ne. Ich kann überholen mich nochmal zwei. Wie geht denn das? Bruder. Er wurde wirklich, er wurde, er wurde sechsmal erster, ne? Dauerhaft erster. Nee, Reef ist für Arsch keine Kinder. Hm. Wir wurden wirklich gesmashed, ne? Egal, passiert. Direkt nicht. Ich sag, wir müssen das Mittelfeld besser haben, dann ist Reefs auch erreichbar. Ich schwör's euch. Ja, das war jetzt Anlage. Wir haben ja eh losgelassen. Das war Anlage. Ist okay. Ist eins nur für die zehnte Minute. Weißt du, was jetzt der Unterschied ist, Chat? Viele sagen, würden jetzt aufgeben, würden die Firma gegen die Wand fahren. Wir nicht. Wir machen weiter. Okay? Ich bin jetzt nur noch mehr motiviert, hier ranzugehen. Ich bin nur noch motivierter. Geil, komm, Jungs. Komm, Jungs. Komm, Jungs. Komm, Jungs. Positiv, come on. Positiv. Alles ist noch drin. Ja. So, jetzt geht's los. Mario, hier ist auch ne gute Strecke. Ja, guter erste Anfang. Guter, abfeuerer. Ich bin direkt übernimmt dieses Spiel. Weiter, weiter, weiter. Ich will keinen Gemäcker hören. Bis zur letzten Runde. Schön. Keine Gemäcker. Nicoletta ist Koko. ich habe eine rote roger weg er ist alles sehr eng außer wieder ja ich habe noch ich habe vier rote er macht vorher doch mir wurden die weggenommen ja das ist wirklich krank das ist doch wirklich krank guck mal wo weepers ist wir kriegen eine für den ersten dieses spiel was ist die ganze zeit überreicht doch mal ich schwöre das ist verrückt ich war zweiter ich bin neunter er schießt alles nach vorne ne ne ich fahre wie ein weltmeister ich habe ihn in der letzten minute also leute adc ist heute partner des ganzen ne sehr schön dass sie am start sind wenn ihr eine panne habt einen platten reifen so wie ich gerade mario kart dann checkt das ganz gerne aus bis zum 23 geburtstag gibt es hier noch mal die jahr der jahrzehnte mitgliedschaft für junge leute für maximal 29 euro im jahr also kann ich euch empfehlen tatsächlich wir sind da wenn du unterwegs bist so checkt das gerne aus adc young driver mitgliedschaft du bist über 18 jahren und hat den führerschild schon länger als ein jahr dann kommen die gruppe ok wenn ich jetzt letzter werde für die berliner strahlen die hier punkte von ja das mittelfeld haben reicht das komplett ja ich schon jetzt über das ist schon mit seinem kopf er wird hängen daneben gibt es alles ja ich gebe alles ich bin erster ich bin jetzt wie es jetzt jetzt ist auge um auge zahn und zahn jetzt auch meine rote ist die sport ich bin ein ich bin ich bin eins ich bin eins jetzt brauche ich nur noch schütz für immer und ewig wir passen ganz hinten wer ist zwei sehen aber ich habe drei grünen aber ich will nicht ab farbos sind euch mit drei grünen feuerlich ich will ihnen das muss ein überholen bleibt da bleibt da ich mach grad nur damit abstehen ich bin zweiter ok halte alles halte alles ab zwei sehr schön bleibt damit die war verteidige nur noch ich habe hinten zwei ist das drückt ja ich wurde gerade dreimal getroffen mir ist gerade irgendetwas oder so einer alle im gehirn also jungs jungs ich bin erster ich bin gerade nur ist ich bin zweiter ich habe heute auch ich kann ja 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 was ist sieben die sind alle hinten jungs die sind alle hinten ja gut gut kommt jetzt nur verteidigen denkt an das verteidigen 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 bastarde ich habe eine bombe habe ich bin dritter ich bin dritter ich lege eine bombe ja gleich ich habe getrollt bisschen ich habe rief das auf der zwei rief das hat eine rote du musst aufpassen will die rief das rief das rief das rief das rief das oh mein gott ich habe drei rote ich bin eins ich bin eins ich bin zwei ich mach ganz links war alle stellen allen stern ich habe die vier noch was war das denn schon wieder ich schwöre das ist so eng es ist so eng es ist der wahnsinn ganz kurz ich weiß nicht farber du hast dich reingeschissen du hast drei rote und hast einfach alle gesprayt du verkaufst ja er hat er auch drei hinten drauf ja 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 du musst die einzelne ich habe die alle geballert ich hatte auch drei ich verteidige ab dem superstart stinkt nach scheiße ein pilz das hat eine rote und ich bin noch ein ich bin noch zwei ich bin noch zwei ich bin noch eine rote und bin noch mal was alles so knapp noch feiern nach vorne sind alle vor mir bleibt noch hinter dem video wir können die nicht attackieren wir müssen blitz oder so bekommen wir müssen ein bisschen hinten bleiben und dann auf einmal attackieren ja aber ich schieße die grüne nach vorne aber wenn sie überholen ja ich habe drei bananen mit banane katte vorbeiziehen wenn du kann bananen ja 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 weil du nicht geschossen wird angeschossen wir brauchen einfach den ersten wort hat gepurpt wort ich habe auch das weg und schön 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 aber irgendwie in einen roten der ersten verteidigt du verteidigt einfach nur ich verteidige dich ja gut gut wer sind denn hier aber ich habe ich habe ich habe ich habe mich aber vor allem die rohrt kommen wohl kommt beide und würde ich nicht mehr doppelt ich habe eine rote ed ich schieße eine weg wir brauchen einfach ich habe ich habe ich habe eine pflanze medie was soll ich aber schieß langsam wie was wird gefickt war eine blaue dinge ist egal weiter 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 bis zum ende ich bin dritter leute bin auf der vier ja drei vier bin auf der vier ich habe ja ist okay ich schwöre es ist in ordnung mein pilz ging mein stern ging genau auf dem rasen bei der abkürzung vorbei die sind eins und zwei und dann kriegen die diese blaue was ist das für eine kranke scheiße alter weiter weiter geller ist bringt nichts und dann trifft mich das auch noch in der luft digga die firme 2 ne ich habe ich sag du musst die roten noch ein tick langsamer werden dass die richtig in so einen kleinen zeitabstand weil sobald du einen trifft machte ein salto und erst mal raus die nächste rote trifft da gar nicht alles gut weiter 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 verteidige hast du gesehen erich das ist 2 3 ist abdrückte wenn einfach der erste komplette ist okay ich habe nichts ich habe seit mehreren wenn ich ihn gerade stecken muss ich muss irgendwie an die vorbei will ich ein boomerang wo ist er aber es kommt auch nichts etwas für den ersten es kommt auch nichts oder wer macht dann das feuer nach hinten wir werden wollen aber wir kriegen nichts wir sind gerade alle hinten die sind alle vorne warum kriegen wir nichts ja weil das spiel in die zonen ist deswegen ein für den ersten jetzt immerhin oder wann krieg ich den ein für den ersten wenn das schon over ist ist noch ein runde runde nena doch 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 so punkte müssen wir gut machen jetzt wir haben ein bisschen itempech wir haben voll wir haben die beiden cups nur verloren weil wir sind die vorne ganz kurz 12 punkte 12 es ist trotzdem machbar wenn wir ein erheber im mittelfeld hinlegen 1 2 mittelfeld ja aber die haben glück oder die die brunde feuer also es ist wirklich ein taus spiel man muss es mal sagen ich schwöre es ist so viel random shit dabei ach man ach man ach man ach man ich gucke den Schwabbeldorf, den Fixer. In seinem Alibi-Tuch ist morgen 54, oder? Nö, oder? Ah, nur Pilze, oder? Wieder nur Pilze. Na, Platz, Robert. Lauf zwei. Lauf eins. Jetzt kommt gleich wieder einer für den ersten. Jetzt kriege ich auf 19 einen Stern. Wer soll mich denn angreifen? Willi, oder? Willi, oder? Gänse Arsch. Ey, Bruder! Guck mal. Der schießt einfach nach hinten. Hau raus. Ja, ja, Bruder. Wer hat die Rakete? Echt? Kein Geschenk, ey, Leute. Aber sagt auch mal Kitten, aber dann fahre ich nicht mehr mit. Ich schaffte solche. Wir brauchen einen Blitz. Boah. Grades Chaos, Leute. Wir haben aber noch vier. Wir haben noch vier Zeit. Die ganze Zeit nur ein Stern. Einer von den ersten. Bitte für mich. Ne, ne, meine. Wir müssen die Gegner sein. Wo ist aber unser Blitz? Wo ist aber unser Blitz? Ich bin auf vier, Jungs. Irgendwie. Zwei Grüne. Wer ist auf sechs? Ich habe auch drei. Licky ist mit Abstand erster. Hurra! Was ist das? Erklärt das mal! Das ist so krank. Ich glaube, ich weiß nicht. Dicker, die sind eins, zwei, drei. Die bekommen Blitz. So krank. Ich möchte ja wohl. Da fahrst du sie wieder, ne? Wer ist fünf? Ich, ich, ich. Das ist wirklich nicht mehr normal. Ich schwöre das nicht mehr normal. Ich krieg ne Feuerpflanze auf vier. Dann attacke ich. Eine für den ersten. Die wäre für uns gekommen, ne? Die wäre für uns gekommen, ne? Na ja. Oder ich krieg auf acht und neun nur Sterne. Um nicht zu attackieren. Ich komm nicht nach vorne. Und dann kriege ich die noch einen Blitz. Auf eins und zwei Blitz ist... Boah. Ist der Fast-Deer, ne? Der ist krank. Das ist mein Fast-Deer. Das ist mein Fast-Deer. Das ist krank. Krank, krank, krank. Wie viel ist der Punkt-Unterschied zwischen mir und Rojo? Ey, wir müssen auch... Ist es noch einer? Ja, ja. Ist das letzte Runde, glaub ich. Boah, können wir das noch aufholen? Ey, gleich 0-2, Jungs. Können wir das noch aufholen? Ich glaube, wenn wir Top 4 machen oder so, dann vielleicht Top 5. Boah. Nein, 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 nein. Für was? Ich bin... Nein, nein, nein. Wir haben mich verloren jetzt. Oder ich fühle mich schon, als ob ich 5 Cups gespielt hätte. Und runtergedrückt einfach. Ey, wir hatten noch nicht einen einzigen Blitz. Blitz-Technisch steht es 4-0 für die. Und schwöre, das ist der größte Game-Channel, denn es gibt so einen Fick-Platz. Lebt mir Chat, ich will, dass ihr diese Sachen alle klippen. Wenn wir noch die IG, die spickt seine Mutter. Okay. Ich brauche mir nicht schön. Ne, so sicher. Das ist ja kein Spann. Das ist ja kein Spann. Ja, okay. Von der Mitte weg, von der Mitte weg. Was da? Ja, die ganze. Genau. Ja, die sind alle hinten, die sind alle hinten. Ja, nur Repos. Ja, aber es ist schon gesund. Ich habe zwei rote, ich kann Repos attackieren. Ja, mach, 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 mach. Ich habe auch zwei rote, aber ich verteidige. Ich habe eine richtig gute Platzierung. Irgendwie halten. Ich habe drei rote. Ich halte nur für dich, Fabo. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Meine rote auch ewig hat mich. Ne, der... Ich habe ihn geschenkt, glaube ich. A Rocket Mitte. Fabo, ich kann ihn wegschießen. Hat der was am Arsch? Äh, ne. Okay, ich schieße ihn weg. Ich schieße ihn weg. Jetzt hat er... Die trifft mich?! Was?! Oder war das seine Banane? Ich weiß es nicht. Äh, 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 äh. Wir sind zwei, drei, vier. Egal, er hat nichts. Oder wie kann ich das denn treffe? Die rote von Eldos. Das weiß ich nicht. Doch, da war eine rote. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Aber es kann nicht sein. Guck mal, guck mal. Ey, Walla Walla Walla. Guck mal, guck mal. Okay, der war's am Arsch. Guck mal. Ist er neben mir, ich kann ihn wegdrücken. Ja, er ist hinter dir, ist hinter dir. Reißt du nicht waffen? Nee. Ich hab drei... Fuck! Was?! Digga, Rohr, das ist der beste Spieler, der in der Lobby. Ich bin voll die Presse nicht im Boden verfangen. Mann, Mann. Ey, ich glaub, für uns sind Blitze ausgestellt, ne? Ah, Mann! Ihr checkt euch, was gerade passiert ist. Das ist ne Hammer-Time, aber. Bruder, wir werden gef***t dafür, wenn wir rote haben. Ich schmeiß ne rote, die geht nicht mal an Eli vorbei, die fliegt straight auf ihn zu. Bruder, Rohr hat auf meinen Kopf eine Bombe geschoben. Auf meinen Kopf drauf. In mich rein. Das ist echt hart, ich schwörde. 2-0. Er hat sich aber auch, wenn man mittig fährt. Aber Eli ist weit weg, die rote darf ihn nicht so traden. Jungs, wir müssen. Ja. Wir müssen jetzt 2-1. Koko hat 10 Punkte. Ich schwöre, der drückt die ganze Zeit B anstatt A. Ich werde jetzt für alle fahren, die jemals an mich geglaubt haben. Ich werde mich jetzt richtig krass konzentrieren. Das gerade war Pech. Ich war zweimal oder dreimal in den Rennen. Zwei oder drei und wurde kurz vor Schluss auseinandergenommen. Das ist nicht das, was ich fahren kann. Und jetzt kommt das, was ich fahren kann. Die Leute wollen einen am Boden sehen. Weil sie sich dann besser fühlen, wenn sie andere runter machen. Weil sie selbst unzufrieden mit sich sind. Und das wird hier heute nicht passieren. Ich werde wie so eine Eismauer sein. Ihr könnt mich beleidigen. Ihr könnt mich runter machen. Ich werde trotzdem hier sitzen und das Beste geben. Warum? Weil ich es machen kann. Und jeder sollte sich mal da draußen überlegen, ob er sich immer 100% gibt. Ja. Ich wurde zweimal Erster, weil ich auch immer 10 Münzen hatte. Okay. Komm bitte, Alter. Wir ficken jetzt 5 Cups hintereinander den Arsch. Ich schwöre, dass wir 2 Ringen nehmen müssen, ne? Yes, Elvin. Yes, Elvin. Fick. Elfico. Oh, Adam-Style. Ja. Ja. Seitlich. Wir sind 1, 2 Jungs. Komm her, du Schwanz. Ich hab Wort. Schöne Antwort. Oh nein. Von wem war die Bombe? Von wem war sie? Einfach reden. Nee. Ich bin auf 2. Ich bin auf 3. Ich bin auf 2. Ich hab 3 Bananen. Und du roten. Ja, ich werde in der Luft. Ja, Bruder. Das musst du callen, Bruder. Das f*** mir ein ganzes Rennen. Sowas f*** mich komplett. Einfach komplett. Ich hab auch Wort. Ich mein A da. Ja, Bruder. Das ist halt 1, ne? Ach, Fabo. Ja, ich hätte ihn mir geholt. Die sind 1, 2, 3 Jungs. Ja. Ich bin 3. Ich krieg einen Pilz. Ich krieg einen, ich krieg einen Stern auf der 10. Einfach den ersten für mich. Digga, das ist krass. Das ist wirklich krass. Oh mein Gott, Alter, weiter. Ich schwöre, es ist crazy. Ich krieg einen Pilz. Ich krieg einen Stern auf der 10. Was soll ich machen, Digga? Ich halte 2. Ich versuch 2. Ich bin auf 4. Ich bin auf 3. Ich geb alles vor mir. Creepers ist so weit vorne, macht keinen Sinn. Ich kriege Back-Pre-Back-Sterne auf der 9. Das kann doch nicht sein. Ich habe nichts. Ach, Bruder. Nein, Jungs. Irgendwann ist gut, Bruder. Ich bin dritter. Es ist wieder so. Ich bin dritter. Ich krieg wieder einen für den ersten. Oh mein Gott, ich wurde gefickt. Ah, ich hab den Stern. Ich bin da unten nicht gefickt. Ach, Bruder. Was soll ich denn besser machen? Bruder, was passiert hier? Ich schwöre, das ist ein Müllspiel. Boah, Alter, es ist krank. Ich schwöre, das ist ein Müllspiel. Das ist das fünfte oder vierte Mal passiert, dass die 1, 2 sind. Und einer von uns ist 3 und der kriegt einen für den Blauen ab. Und dann kriegen die auch noch Blitze. Das fünfte Oktober. Was ist das? Einmal eine 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 ein zwei ein zwei drei unser. Guter Start. Gut. Komm mal Phantom7Aff. Walla Patin. Was ist die für ne Mappy? Ja. Oder Fantasie. Walla Fantasie. Links. Ich bin so ein Basif, Bruder. Ich bin so ein Basif. Hol ihm hier 3 Bananen, wo kommen wir? Nein, 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 ich bin zu klasse. Ich spiel gerade auf Beweru. Was ist das mit dem Map, Bruder? Das, was sich hier hängt, ist auch in allen Jahren. Weiß ich mal, wo ich hinfahren muss. Ich bin irgendwie auf der 1, Leute. Vor euch. Ich glaube, wir sind vorne. Ich bin 3. Was ist das für eine Map? Was passiert hier, Mann? Ich bin 3. Ist einer. Mickys 1, ne? 5, 5. Ne, Reapers, oder? Ist so Rangschweepers? Ach, Bruder, wo ist der schon wieder? Ich lege oben links eine Bombe. Was passiert hier? Boah, bin ich an der Bombe vorbeigejompt. Crazy. Ich hab's gehört angekaut. Ja, ich bin vorbeigefahren, aber. Ja, sowas ist geil. Ja, das hier. Was war das los? Ich stehe ja noch mit. Noch 3. Ich auf 4. Oder 5. Was? Was? Nein. Nein. Niemals. Das ist ja ein geiles Geschenk auf der 6. Tente. Ey, das ist nicht. Rakete gleich, Leute. Ich brauche. Rakete, 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 mitbeweg. Wir machen einfach nichts. Krieg nichts. Jetzt kriegen wir Rakete. Jetzt kriegen wir Rakete. Wir zwei Krottenfinger. Ich schwöre nein. Ich schwöre nein. Ich schwöre nein. 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 Ich schwöre 4. Ey, aber 18 Punkte, ich sage geht. Ach Bruder, bitte. Das Spiel ist Verarschung. Top 3, wir brauchen Bilo. Oder Kameraden. Top 80er holen wir jetzt. Wir müssen die Bilo machen, der Top 3. Das ist ne gute Map. Verteidigt euch. Ich glaube, es gibt übrigens ne neue Meter, ne? Das ist scheiße. Und alle guten Heidens kassieren hinten. Nee, pass auf. Stark, Eldos. Von den Fasen. Die fahren alle dasselbe. Das haben wir nicht gemacht. Ja, dieses blaue. Dieses blaue, ja. Aber jetzt wurde am Ende... Wenn ich ein Blitz... Boah, wie... Was ist das? Was? 7? Fabo, bist du 1-2? Ja, stark. Verteidige nur noch Fabo, der auf 2 ist. Auf 10 ist ja wieder gut. Aber Bruder, ich check nicht mehr. Bruder, ich check nicht mehr. Wie, was ist 6? 5? Nein. Bruder, ich hab Weih schon mal erst in der Lobby. Ich hab hier schon mal erst in der Lobby. Ich hätte hier behandelt. Ich hätte hier Prozente. Das ist so krass. Es trifft mich auch. Wie kann das denn mich und Eli treffen? Gut, was, das habe ich jetzt in der Lobby. Ich hab hier 3 rot ab. Nein, ich hab den Knopf. Ich hab den Knopf. Ich hab den Knopf schon. Einen good point. Einfach den ersten blauen. Die hast du direkt von Q? Nein. Wer ist die? Von wem ist die? Die Jungs ist schlussig. Hat die Dich getroffen, Wabo? Ja, ja. Wir haben noch, wir haben noch. Wir haben noch, wir haben noch. Von der Mitte weg kommt mit der Rakete. Ey, Eldos, Eldos. Drei Leute hinter dir. Drei Leute an der Marsch. Nee, ich bin hier. Bruder, ich komme aus meiner Rakete. Das ist geistig. Nein. No! Ja! Ey, ich schwöre es euch, ich verstehe das nicht. Für uns, ich bin auf drei. Bitte ja, Bruder, bitte ja. Bruder, die kriegen eine für den Ersten. Ich kriege vier Pilze, Bruder. Also, auch wieder, auch wieder dieses eine für den Ersten. Ja. Ich war zwei Runden Erster und dann blaues. Wir haben einen Threader, ne? Bruder, ich war Erster mit Farbe ganz selten. Ich schwöre, wir waren eineinhalb Runden Erster. Dann kommt einer für den Blauen und alles ist ge... Und was haben wir... Digga, wir bekommen nur Pilze. Jungs, ich bin selten so, aber ich bin cool zuvor, mein Bildschirm einzuhauen, ne? Sieben. Also, ich bin selten so, ne? Ich weiß nicht, Punkt ist heavy. Ey, wir hatten noch immer noch keinen Blitz, ne? Ich glaube, es steht 4 zu 0 Blitz. Und irgendwie so, 6 zu 3, einen für den Ersten. Ich hab mir die Map, diese Penna Map nicht schon. Ja, 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 ja. Okay, geil, dass die nochmal kommen. Diese Aerie Map. Ich fahre jetzt mal 1, 2, 3. Ich bin auch viel alleine. Ich darf mal eine Runde machen mit jeder. Du darfst sich auch mal Maps aussuchen, Digga. Wir fanden die ganze Zeit irgendwelche Schwanz-Maps. Dein Cup, Bruder am Endeplatz. Wir machen die 10 Runden. Ist mir scheißegal. Bin auf der 1, macht der Screenshot, markiert mich auf Instagram. Komm mal auf 9, was ich bekomme. Lass uns raten. Ja, wir haben 1 und 3. Ich bin auf 4. Ich bin auf 5. Okay, okay, Leute, okay. Einfach kein Item. Komm mal gleich, ich warte nur auf den 1, für den Ersten. Ich warte nur auf ihn. Dann fliegt hier aber mein Controller durch den Zimmer-Chat. Wer ist eins? Ich. Oh mein Gott. Miki hat eine Rote. Ich habe 2 zum Ablocken. Ich bin hinter Miki. Sie kommt gleich. Sie kommt gleich. Sie sind alle hinter euch. Sie wird gleich kommen, die eine von den Ersten. Die hat der Kimmich. Guck mal, die haben 3 Rote. Und kommt noch eine. Oh. Ich habe Miki, ich bin hinter dir. Sie wird gleich kommen. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Die eine von den Ersten wird kommen, mein Freund. Gegen das Schicksal ist zu machtlos. Dann werde ich wieder 8er und mein ganzer Chat schreibt Lacher. Ich bin auf 3. Ja, nee, es hängen, kommt plötzlich über mich. Wer ist 2? Schwerkraft gibt's nicht, ne? Ich bin 2. Okay, für Sam. Für dich Sam. Für dich Sam. Ich glaube das ist gut, Leute. Nee. Ich bin noch ein Basis. Oh mein Gott. Der hat noch eine Abkürzung auf seines Lebensgold, der Buster. Für dich Sam. Jesus. Ey, bitte. Ich will mich einfach. Stark Eli. Aber sehr gut Eli. 1-3 Spick. 6-7 bisher als 8-9. Ruhig, 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 ruhig. Ruhig, ruhig, ruhig. Ruhig, ruhig. Ruhig, ruhig. Ruhig, ruhig. Ruhig. Ruhig, ruhig. Die sind alle vorne, oder? 1, 2, 3. Alle Münzen weg. Was war denn das? Ruhig. 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 Ich schweig sie jetzt. Guck mal, wer ist der Feuer-Team? Ja, ich bin der Feuer-Team. Dann fängst du eine Banane für ein Doppelgeschenk und du bekommst einfach 2 Fünfzüge. Auf dem letzten Sorge. Alles gut, das ganze am Anfang Jungs. 1, 2, 3, 4, nur mal so, kleiner Side-Fact. Die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, haben die. Nein, ich bin 5. So, ich bin auf der Acht und das nicht mehr knapp. Ey. Ich brauche es. Ich habe noch kein anderes Item, wie viel es sich um. Ich habe eine für den ersten. Mach! Wir brauchen einen Blitz aber. Ich habe auch eine Banane. Okay, okay, Rakete gleich auch. Und wir einen 3? Wir brauchen einen Blitz. Ey, das ist ja explodiert. Ich nehme mal eine 3. Wir brauchen einen Blitz! Ich bin hier über die Seite. Ich finde halt auch keinen Niesen. Mann, Digga, was tritt ich da? Okay, okay, ich bin auf einmal hinter den Reapers. Ey, Bruder! Oder wir sind wie... Jungs, das wars. Ich will es nicht aussprechen, aber wie gewi... Oh my God. Wie kann... Wie... Ich kann... Wir sind alle zusammen. Wisst ihr was? Wir sind eine dreckige Inzestfamilie. So kann der wie... Ich bin der höchste Buster, Dinger. Ey, ich bin schon... Das ist schon echt krass, wenn ich es möchte. Ey, bitte guckt euch jetzt das an. Alter, Schwede. Wie ist der Punktestand zwischen mir und Roat? Wir brauchen danach mal eine kurze Pause von 5 Minuten. Mach dich langsamer, ja? Mach es doch langsamer, weil deine Mutter unter den Tisch hockt. Sehr schön. Dann machen wir eine kleine 3-4 Minuten Pause, Jungs. Aber wie kann es denn sein? Wir sind doch gerade alle hinten gewesen. Wieso kommt denn kein Pilz? Sam, ich brauche dich. Wer ist Sam? Das ist eine lange Geschichte, Edos. Ich würde auch mal auf Elbit vorüber gehen. Dieser dunkler Schatten. Dieser Roat hatte was mit dem Entwickler. Ich hab Rebus gef***t. Naja, hab ich doch nicht. Irgendjemand... Bei mir war Rebus vorne. Ich hab Rebus gef***t. Oh, der wird doch eh wieder erst. Ich gehe auf Ort, ich gehe auf Ort. Wer sind 3, wer ist 3? Schnell hin! Ich, 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 ich. Alter, Alter. Ich hab 3 Grüne. Ich hab 3 Grüne. Alter, LK1 ist so krass. Ich werde jetzt abfeuern! Ja. Wer macht denn jetzt wieder das Spiel? Äh, ich hab... Dann lass die Runde los. Das ist genau los. Das ist so krass. Du hast den Blauen... Blauen, aber gibt er uns nicht, ne? Im 9er, ich werde in... ...Stellen gepflegt... Ah, im 3er... ...und wir hier... ...und wir... 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 Oh, ein Geist, mal kungen... ...was ich jetzt klaue. Vielleicht eine Münze vom Ersten? Ne, ne Banane von mir Reapers hat eine Rakete Reapers... Dann ist Reapers einmal hinten und er kriegt eine Rakete Ein Pilz Yes! Yes! Ich glaube es war gut, aber es reicht noch zwei Plätze Wir haben noch zwei Plätze gemacht, die Jungs Das reicht niemals Stark, will ich stark Sogar gut gefahren Das war gute Runde jetzt, aber... Overall, drittbester Fahrer Fabo war besser und Reapers war besser Das hab ich, das ist, das brauch ich Bringt uns zwar nichts, 3-0 Aber so, so, so kann's gehen Wir brauchen mal eine kurze 5 Minuten, Jungs Wir müssen kurz mal in uns gehen Ja, ja Starten noch nicht Starten noch nicht 5 Minuten, will ich 3-0 ist krass Vielleicht müssen wir wirklich anders was ändern, ne? 3-0 ist crazy Es steht 3-0 Chat Wir sind alle im Bruch Aber wir machen weiter Das Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter pfeift Merkt euch das So, Partner des Ganzen des ADAC Liebe geht raus, dass wir das Ganze hier supporten Ähm, schon mehrere Male hier am Start gewesen Sehr, sehr geil Passt auch zum tatsächlichen Thema heute Und zwar Mario Kart Und da brauche ich wirklich meine Partnerhilfe So wie es momentan läuft Aber ist in Ordnung, wir machen das noch Wir kriegen das noch hin Macht euch keine Sorgen Das Angebot, was ich euch vorhin gezeigt habe, Freunde Für die etwas jüngeren Leute ist ganz geil Könnt ihr euch angucken Es gibt aber auch etwas für die älteren Leute tatsächlich, ne? Ähm, da haben wir eine Einen Preis von 54 Euro im Jahr Das sind 4,50 Euro ungefähr im Monat Das ist also, ihr müsst auf einen Döner im Monat verzichten Dann habt ihr aber auch keine Kopfschmerzen So, ähm, das ist nochmal ganz wichtig Wenn ihr eine Panne habt Einen Platten So wie ich gerade im Mario Kart Dann sind sie für euch da Sie werden euch helfen Sie werden euch helfen Sie werden euch helfen, meine Damen und Herren Sie werden euch helfen Hier gibt es dann auch so einen Tariffinder Du bist älter als 23 Auch für dich haben wir ein passendes Angebot Sagt Tariffinder Tom Hier, Tom Wie und wo du unterwegs bist Und was du vom ADAC wünschst Tom findet in nur 2 Minuten die passende ADAC-Mitgliedschaft für dich Warte, bevor ich in meiner Adresse liege So, ist hier alles so und so Jünger als 18 Zwischen 18, 22, 23 Jahre oder älter Haben sie Kinder unter 23? Nein, noch nicht Tatsächlich Wo sind sie mit dem Auto im Alltag und auf Reisen? In Deutschland und Deutschland und Europa In Deutschland und Europa und weltweit Machen wir mal in Deutschland So, passt Ist für sie die deutschlandweite ADAC-Fahrrad-Pannenhilfe interessant? Ist sympathisch, brauche ich aber nicht Nein Ist sympathisch, brauche ich aber nicht Top So, Feuer Ist ihnen der europaweite Fahrzeugrücktransport an ihren Wohnsitz bei Panne oder Unfall wichtig? Ja, das ist wichtig Das ist mir sehr wichtig Ist ihnen das Abschleppen in ihre Wunschwerkstatt bei Panne oder Unfall in Deutschland wichtig? Ja, manche nicht Für manche Ja, nö, passt nicht unbedingt Muss nicht sein Kennen sie das ADAC-Schlüssel-Notens und diese Leistung wichtig für sie? Ja, kenne ich Ja, ich kenne diese Leistung Ist für mich aber nicht wichtig Nein Ja, hier so Ist aber nicht wichtig Legen sie Wert auf einen weltweiten Auslandskrankenschutz? Ja, Auslandskrankenschutz Wir machen fertig Danke, jetzt weiß ich worauf es im Fall ankommt So, ich empfehle ihnen die ADAC-Premium-Mitgliedschaft Premium-Mitgliedschaft ab 139 Tacken Aber da habe ich auch gute Sachen natürlich auch rausgewählt Gibt natürlich auch günstigere So, ADAC-Premium-Mitgliedschaft Hä, Tom? Hast du gesehen hier? 42.000, 43.000 Subs, Tom? Und willst hier abfeuern, ne? Mit 139 Tacken Nö, weiß ich Bescheid Weiß ich nach Wiener Bescheid Weiß ich nach Wiener Bescheid Wo lässt denn Tom dann hier die Subs da, Tom? Hä, Tom? Wo lässt denn Tom da die Subs? Was? Also checkt das gerne aus, Freunde Sehr, sehr geil, dass sie das supporten Weil mit Preisgeld ist alles immer viel, viel cooler Ja, wo sind die Taschen? Wo sind sie? 11 Euro im Monat Einmal abschleppen ohne ADAC-Mitglied 300 Euro kostet das, wenn man abgeschleppt wird Ich wurde noch nie abgeschleppt, ne? Wurde schon zweimal abgeschleppt Zweimal? Lass uns doch einmal Also wir hätten das zweite Rennen auf jeden Fall gewinnen müssen Da hatten wir wirklich Pech Jungs, jetzt oder nie Wenn wir nicht an uns glauben, wer sonst? Ich sag's so wie es ist, ich vertraue euch allen Alles gut, alles gut Bitte geht auf Münzen, bitte Vertraut mir in der Hinsicht Ich bin zweiter, Fabus erster Fabus, ich beschütze ich, mein Herr Ich beschütze ich Ich mach das Ich hab zwei Bananen Wir ficken die jetzt den Arsch Ich beschütze ich, mein Herr Oh Digga, wie geht das auf dich? Ich bin doch vor dir, ich verstehe das nicht Schön, pass auf den Scheißhaufen auf Ja, ja, ja Ich kann nicht, ich kann nicht ein bisschen tanken Ja, ja Fick Weiter Jungs, Mittelfeld muss euch gehören Hab, ich bin hinter die Ellie Sehr gut Der hat ja super, super, super Aber das ist hinter die Halter Halter, 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 Halter Hinter die ist jetzt Jemand Ich weiß nicht, wenn ich sie esen Ich hab keine Münze Mach Bananen vor das Feiergeschenk Doch nicht Warte Das ist, Bruder Ich halt, aber ich mach gar nichts Er ist zweiter Ich komme Herr Brot weg Ach Bruder, wie geht das? Nein, nein, halt die Fresse, Eldos Von mir, von mir Achso, von dir, oh mein Gott Aber warum trifft ihr mich? Nein, ich war links Digga, ich schwöre Ich will es gar nicht kommentieren Wir sind 1, 2, 3, glaube ich Ja, 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 komm, komm, Leute Was ist es? Was schreitst du es aus? Der Rohr hat mich gepickt Der Rohr hat mich gepickt Der Rohr hat mich gepickt Mann, sagt doch noch einer vorne, ey F*** ihn mir, die F*** ihn Pass auf Jungs, ich muss Jungs Mach keinen Scheiß 1, 2, 3, 4 Ne, ich brauche das 1 Wie auch immer der, wenn man das 1-2-3-4 Ich hab 5 Ich hab 2 Nee, du hast 5, Bruder, das kommt man nicht 1, 2, 5, 6 Sehr schön Das ist aber stark Das ist stark Oder ich wurde so gef*** Mach ruhig Gut Sehr gut Digga, die Blaue von Eldors Ich musste ausweichen Boah Weil ich war einfach genau neben ihm Nehm es halt Ey, ich schwöre es euch Hättet ihr es bei mir gesehen Die Blaue macht eine Links-Kurbel, Medi Ich war ganz links Mit Varios Abfall Mach nicht Zufall Mach nicht... Ja, 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 ja Ich hab auswesenden Zufall Ich hab auswesenden Zufall Bist die Zieldors Erbe Nicht die Zieldors selbst Ja, das war's für ein Schlau Ich schwöre ich, Check auch nicht War das Lade 2? Ja, ja Wind Schatten Ich hätte den Feld getroffen Scheiße Ich bin natürlich Eli, eh, du bist 1, Eli Digga, die sind Eli, direkt Flederbeute Wie kann Reeves denn schneller sein als ich stinke? Weiter, weiter, weiter. Wer ist da gerade runtergefallen? Ich Bruder, stinke ich, ich krieg mich auch. Boah krass. Boah krass, was da gerade passiert ist. Stink. Wir brauchen Glitz. Einmal Spiegel. Komm schon. Was ging denn jetzt auf Digga? Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Jungs, die sind alle vorne. Oh mein, ja, aber das sind alle bitter. Bruder, wir f***en uns gegenseitig hier im Mittelfeld. Es ist so schlecht. Guck mal, ne, bitte, Elie, bitte, bitte. Ja, ich mach, ich mach. Ja, okay. Möchtest du aber erst machen? Ey, was, 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 was hab ich jetzt erwischt? Jojo. Ach. Jojo. Ach. Also, kriegen wir einen Blitz oder halt nicht? Wir haben noch eine Runde. Thane hat eine für den ersten auf dem vierten Platz. Der fährt damit rum. Die machen wir noch im Lobby auf. Ich schwöre, wir müssen neue Lobby machen. Ich hab Rakete. Gut, ich hab mich getroffen, der hat die gerade geworfen. Ich schwöre. Jungs, wir müssen. Wir brauchen jetzt Besatz. Ja, Tony. Willi hat eine Rakete. Sehr gut, Willi. Sehr gut. Ab und ab und ab. Ja, er ist 80. Micky hat einen Stern. Willi ist vier, ich bin fünf. Ich bin sechs. Halten. Halten. Wer der Stern geht gegen mich? Willi. Ah, ich hätte die Abkürzung nehmen sollen, ne? Schöne Runde, Jungs. Schöne Runde, Jungs. Schöne Runde, Jungs. Ey, ey, wie oft bekommt man einen Stern, Bruder? Ich hab auch die Anzahl bekommen. Ich hab viermal diese Runde Stern bekommen, glaub ich. 4, 5, 6, 7 ist aber okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fabo, du bist Teamkapitän, bitte. Du bist Teamkapitän. Nein. Nein. Du checkst nicht, was hier gerade abgegangen ist. Oder drei Punkte ist schon... Ich hab Zane auf dem vierten Platz überholt und er wirft mir eine blaue auf den Kopf. Null, Götting, Fokus, Abrat, Unfeuer. Ich find immer noch die Statistik mit 4 zu 0 bei Blitzen krank. Warum haben wir eigentlich die Map genommen? Warum haben die alle genommen? Weil die geile. Hier kannst du richtig geile Items lüsen. Zum Runter. Ey, du hast 1, nicht 2. Okay, Zane 1. Zane ist auch so kacke, dass der Erster ist. Ich hab ne Bombe, wär's ein 3 oder 4? Seid ihr da? Ich bin 4, ich bin 4. Dann mach ich noch nicht. Ich bin 1. Ich muss meine Bombe loswerden, Jungs. Wo seid ihr? Redet mal. Ich mach die Ersterin. Ich hab auch ne Bombe. Zendertschutz. Zendertschutz mit einem roten. Können wir ihn attackieren? Digga, dieser Schwanz. Wer feuert denn ne rote nach hinten? Auf der 1. Wer ist 3? Ich, 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 ich. Okay, ich fall nach vorne. Ich attackiert Zane. Ich hab ihn. 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 Hinter euch sind alle. Hör meine Worte und bezeugt mein Eis. Zane, hast du? Ich kann Zane nicht. Ich krieg ihn nicht. Ein für den ersten für mich. Dieses 3 Spiel. Warum trifft das nicht fort? Ich schwöre, ich kann das nicht, Jungs. Wirklich. Also es reicht bei mir irgendwann. Es reicht irgendwann. Das kann doch nicht sein, jedes Mal. Oder wie ist das? Egal, wir sind 2, 3, 4. Wer ist 5? Ich fall nach hinten alles. Mach einfach hinter. Boah, ich wurde so gesmashed. Das ist gut, Leute. Das war gut, sag ich. Oh, nee. Oder? Was? Was? Ich war die ganze Zeit Zweiter. Wer hat denn mich denn geholt, bitte? Ey, Roh hat 29 Punkte. Bin ich ein Hund? Lett, ich war die ganze Zeit. Ich bin mit 2 jetzt. Guck mal, jetzt. Wir repass. Reepass ist Arschrohr das Erster. Ich will das aber gleich stets seine Schuld. Und wir haben eine geringe Schuld. Ich bin ein Hund. Münzen. Wichtig, immer Münzen. Guck, dass ihr die 10 habt. Ich f*** seine P*******. So. Jetzt. Der Erster. Ach, Bruder ist so krass. No cap. Bruder. Wer ist 2? Ne. Will die nicht schießen? Micky hat mich. Fabo, wir müssen Micky attackieren. Wir sind hintereinander, Jungs. Ich bin hier. Ich hab nur einen Pilz. Ich mach Bombe. Gute Bombe. Ey, wir sind Top 4. Oder so. Wir müssen ihn attackieren, den Fetten da vorne. Wir müssen ihn attackieren. Nur Bananen. Nur Bananen. Ich hab keine Alte. Defensiv. Oh, die Bombe. Die Bombe war so gut, ne? Ich bin 2. Wer ist 3? Gut drehen. Ich bin 3, ich bin 3. Ich verteidige mich, okay? Ich schieß nach vorne, ich schieß nach vorne. Ich kann ihn attackieren. Ich hold green. Ja. Ganz wichtig. Hab's einen weg gemacht, Paul? Ich hab Micky, ich hab Micky, ich hab Micky. Sehr gut. Sehr knapp hier alles. Ja, ja. Die sind aber mehr hinten als vorne. Jungs, es gibt alles. Es gibt alles. Micky hat ne Bombe. Micky hat ne Bombe. Oder was geht? So. Malta. Ich bin 3, bin ich 2. Gehen wir nicht. Hab. Sehr gut. Sehr gut. Was? Der Brot. Der Brot. Okay, komm. Reapers ist auf 4. Ich bin auf 5. Wir müssen attackieren. Wir müssen attackieren. Warte, warte, warte. Ich hab zwei Pilze. Ich hab mir jetzt vorbei. Ich spieg sehr gut. Hast du noch zum Schießen? Nein, nein, leider nicht. Ich lege ganz links ne Bananen an. Das ist okay. 2, 3. Ich hab 5. Ich hab 4. Wir haben richtig gefickt. Boah! Stark. Sehr gut, alter Kill, Willi. Ja, ich hab, du hast gesehen. Jonas, danke für 5 Nachis. Vielen Dank für 5, Jonas. Liegen wir trotz, Jonas. Kurz. Wir brettern die jetzt richtig weg. Da gab's wieder eine blaue am Ende, ne? Ja, sie hab ich nicht geworfen. Ja, ja. Halt dich zusammen, spring krass. Go, go, go. In 1. Keine alte. Krieg ne Mütze? Ist ja geil. Ganz kankerstack. Hä? Wow! Okay, ich bin locked in. Okay, leg gut. Gut. Rebus ist vorne. Der ist sucht. Miki ist auch vorne. Ich brauche euch. Ich komme über links. Ja. Die feuern mich gleich ab. Die haben 3 rote. Ich schieße einen in der Luft ab. Die sind alle vorne, ne? Denkt an die Münzen bitte, Jungs. Denkt an die Münzen. Macht eure Münzen voll. Ich hab eine Münze. Jungs, die sind 1, 2, 3. Ich brauche euch. Ich kann nicht vor. Ich kann nicht vor. Die attackieren mich sonst. Bleibt erst mal. Ich hab grüne Elig immer zur Seite. Ich gehe nach rechts. Ich hab nur eine. Ich hab nur eine. Nee, ich mach nichts. Ja, jetzt brauchen wir Schicksal. Wir brauchen ganz, ganz, ganz viel Schicksal. Wir brauchen einen für den ersten und am Plotz. Boah, ich hab nur eine Luft. Stag, stag, stag. Ich bin auf der 5. Die sind 1, 2, 3, 4, Jungs. Also, wenn nichts kommt, dann haben wir verkackt. Ach du Scheiße. Mit einer Rakete. Hätte geschafft, das ist. Krieg ich rüber, bitte. Okay, okay. Jetzt brauchen wir einmal Glück. Ich hab eine rote, zack. Ich klau eine Münze mit meinem Geist. Nein. Der schießt dann danach hin. Sternblitz. Sternblitz. Stern. Boah, ist das bitte. Oh mein Gott. Geil, 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 geil. Jungs, jetzt. Jetzt. Alles. Ich hab einen auf dem Ziel geholt. Ich hol Miki, ich hab Miki geholt. Ich hab Miki noch vorm Ziel geholt. Ja, ja, ja. Boah, stark. Oh mein Gott, Willi, das war so stark. Wir sind 1, 2. Oh mein Gott. Guckt sich an, Guckt sich an. Willi, das war so wichtig. Ich habe so abgesackt. Ich glaube, wir sind Erster. Ich glaube, ich höre. Ey, es kommt doch... Oh mein Gott. Ich hab Micky so gef***t. Hast du das bitte gesehen, Jekyll? Micky lag da vorn. Jungs, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, warte, kommunizieren. Ich sag, wir machen Käseland. Käseland oder wir gehen aufs Alles. Lass Babypack, Schicksal entscheiden lassen. Das wäre so wichtig. Hab einen guten Start. Ganz rechts fahren, wenn ihr könnt. Ganz rechts? Ja, ganz rechts, ganz rechts, ganz rechts. Jetzt bist du schon zehn Stück. Schöner Call, Schöner Call. Sind alle vorne? Ich könnte schießen, aber es wäre gefährlich. Ich schieße. Ich bin auf zwei, Rebus ist eins. Ich halte zwei. Ich kann mich schützen. Ich hab ne Bombe. Ist ganz eng, eh, lieber dir. Sag ich dir jetzt schon mal. Pass auf, da die Götter noch. Die Abkürzung kann ich halt nicht. Ich hab sie genommen. Ich bin vier, ich bin hinter euch. Okay, dann lass ihn, dann lass ihn eins. Dann lass ihn eins. Nein, 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 nein. Wenn wir ein, zwei, drei, vier sind, dann haben wir es doch. Oh, Reepers, oh, Reepers. Jungs, das ist auch... Ich hab eine für Blauen! Oh mein Gott, Feuer up! Der Rocket... Guck mal, die trifft mich, die trifft mich einfach. Willi, komm. Oh! Münzen mitnehmen, Münzen mitnehmen, dann werden die schnell wieder... Ach, Digga, das ist doch eine Verarschung, Bruder. Weiter, weiter, weiter. Mann! Das ist eine Verarschung, ich schwör auf alles. Da trifft mich nur ein eigener Blaue. Nein, sorry. Nein. Nein, nein. Kranker Scheiß. Mach neu Lobby auf, mach neu Lobby auf. Kranker Scheiß. Kranker Scheiß. Mach neu Lobby auf. Ich hab die Füße noch. Kranker Scheiß. Ich schwör auf alles. Bruder, das ist kein alles wegen Kloco, ne? Bruder, das ist alles wegen Kloco. Das ist so krank ein Blitz. Weil er die ganze Zeit blitzst. Erli hat mit der Blaue getroffen. Oh, f*** dich, du Bastard. Ich hab gar nichts. Ey, ich schwöre, Kloco bekomm... Ich sag, jeden Blitz hat Kloco bekommen. Jeden Blitz. Jeden Blitz? Und ich hab getrowed, äh, Mods, wenn ihr nicht jetzt hier aktiv seid, ne? Bruder, das ist halt echt arg. Also wirklich, er kriegt die ganze Zeit den Blitz. Ich sag, jeder Blitz von Kloco. Jeder. Ich hab auch gelesen, dass immer nur der letzte Blitz bekommt. Und er ist die ganze Zeit der Letzte. 117 Punkte. Ich schwöre, er kann keine Kurve normal fahren. Es steht einfach 5-0 bei Blitzen. Geh sofort raus. Sofort neu, Lobby. Oh, das ist hart, Jungs. Ich sag, Lobby macht nicht mal Blitz. Jungs, das endet nix. Das ist Kloco, der ist Letzter. Der kriegt die ganze Zeit Blitz. Trotzdem. Das ist ja hier ne Verarschung. Macht einfach neu. Einwerten Babypark-mäßig. Das dauert zu lang. Ich sag auch, Babypark wärs gewonnen. Boah, das haben wir nicht verdient. Wirklich. Also, dass es 4-0 steht, haben wir nicht verdient. Sag ich ehrlich. So, da werde ich mich jetzt hier mal fürs Team einsetzen. Ja, Rot, mitten links, ja. Dass es 4-0 steht, haben wir nicht verdient. Das wär das 3-1. Das muss ja das 3-1 sein. Bei aller Liebe, wir sind das so gut gefahren. Abkürzung hab ich mir genommen. Ich bin hinter dem. Hau dem Rot rein. Er kriegt mit Blaue. Und genau dann, wenn wir einmal vorne sind, genau dann, in der letzten Kurve, kommt der Blitz. Das geht uns alle ein. Ja, ja. Wer von euch hatte 5-mal den Blitz bis jetzt? Sprich rasch. Ich hatte den gerade, mein Bruder. Wie schmeckt das Schwanz von Nintendo? Zeig mal. Das hat uns gerade hart gefragt. Ja, also der Blitz war Erdkern. Da werde ich mir auch... Also, da werde ich mir ganz genüsslich, jetzt, wo du gerade hier bist, werde ich mir deine VOD reinziehen, wenn der Blitz da reintrifft, mein Freund. Aber das werde ich mir schön aufmachen. Voll-HD-Dolby-Digital, mein Freund. Das zittet vierfach effektiv. Ja, Flug und Wasser. Der Blitz ist sehr effektiv gegen Tauben. Der Fluch-Pokémon ist sehr effektiv. Ja. Ich krank, das krank. Rede, rede, rede. Das Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter bleibt. Rappelt euch noch mal auf. Ja, Pilze aufbewahren, Jungs. Das ist ganz wichtig. Pilze aufbewahren und Münzen. Münzen machen... Setzt euch bitte noch mal alle vorne so hin. Das war früher der Game-Changer. Ich schwöre es euch, ihr werdet nur aus Himmel, die wir jetzt sehen vor drei Jahren. Ich schwöre ich bei meiner Marke. Ich kenn mich aus wie in meiner eigenen Unterhose. Wir haben zwei, drei, vier... Ich bin eins. Okay, ich bin hinter dir. Ich kann mich schützen. Noch eins. Ich bin zwei. Du bist eins. Ich bin zwei. Ich bin zwei Bananen. Sehr geil. Ich kann mich schützen. Sehr gut. Aber hier kommen sie mit Ding vorbei. Gleich kommt ein Blitz oder ein von den Ersten. Ich kann es riechen. Okay, wir sind gut. Ich habe zehn Münzen. Wie viel hast du? Gib mir ein Update. Nur ein kleines. Ich habe, ähm... Bist du zwei, Willi? Ja, ich bin zwei. Ich bin drei. Okay, älter, du schützt mich. Okay. Ich versuche, versuche. Ich bin ein Blitz. Ich bin auf dem Problem. Nein, nein. Mach, mach, mach. Ich war nochmal. Ich war nochmal. Ja, ich meine. Aber vielleicht nicht. Hab geprobt, Reeps, zwei. Hab seinen weggefallen. Ich versuche, ich versuche. Ja, ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Reeps hat eine rote, Eli. Halt alles nach Marsch, was du kannst. Jungs, halt dich durch. Oh mein Gott. Ach, Bruder, aber muss. Die sind hinter mir, Jungs. Ich bin auf der vier. Ich bin auf der drei. Ich bin zwei, ich bin zwei. Ich bin auf der zwei. Ich bin auf der vier. Okay, ist ausgeglichen gerade. Ich bin auf der drei. Schöne rote. Bruder, einer hat von euch, hat den er hart gefällt. Wir sind zwei, drei, vier. Ich bin fünf. Okay, zwei, drei, vier, fünf ist sehr gut. Haltet die Mauer, haltet es so, haltet es so. Ich hab nicht, was gibt's keine Fresse. Geil, geil, geil. Und ob der eins jetzt mit die Kommission. Ja, ja, ich bin da. Wir sind ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. Ich habe eine Kröte, ich kann dich schützen, wenn einer von der ersten kommt. Die werden alle einen Pilzen haben. Nicht, Röten, nicht Röten. Alles gut. Wir sind eins, zwei, drei. Ich bin jetzt eh überrückend. Jetzt geben wir einen Pilz. Ich kann trülpen. Soll ich mich einfach mit dem Feld fallen lassen? Nein, 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 ich fahr zu Ende. Oh nein, Willi, warte. Okay, warte eben. Ich schieß. Ich schieß einfach. Digga, wie konnte Micky uns da. Jürgen, ich hab einen Geflick. Okay, okay. Wir haben zwei, drei, vier. Ist Micky erster? Bruder, egal, was. Bruder, wie konnte der noch nach vorne. Ich habe einen Pilz. Hätte ich gewusst, dass er kommt, hätte ich versucht, ihn zu schneiden. Jungs, das war sehr stark. Jungs, sehr gut, sehr gut. Ja, guck mal, zwei Punkte. Habe ich jemanden getroffen mit dem Melder? Die Pilze sind so OP am Ende, ne? Wir waren eins, zwei, drei, vier und er kam einfach vom 5 auf 1. Ist egal, wir haben ein gutes Rennen gehabt. Ist ein Käseland. Käseland, Pilze aufbewahren. Was sagt ihr zu Vario Arena? Käseland, Pilze aufbewahren ist OP. Und nicht in den Porsche. Das ist wie schreibt er aus der Einzige. Louis Hamilton 2021 im Brogier. War einer von den? Ja. Denk an Münzen, deckt an Münzen bitte. Ui, ui, ui. Ich glaube, die Eindruck hat sie halt schon zum Schluss. Schere. Aber wie kann Rohr trotzdem? Schweizer aus. Jungs, wir haben noch lange Zeit. Denk an die Münzen. Ich krieg halt keine Münzen. Wie sieht's aus Verheischungs? Wer ist denn vor dem 1? Ich bin 1, ich bin 1. Sehr gut, Fabo. Der Koppler Rote. Koppler Rote. Ich krieg die noch. Koppler Locken, Koppler Locken. Aber wie geht das denn, Schatz? Was mache ich denn falsch? Was bin ich dafür ein Bastard? Boah, Mitte fällt es sehr eng. Ich gehe auf 9. Ich gehe auf 10. Fabo, bist du noch auf 1? Ja, ja, aber ich habe Stress. Ich habe Stress. Redi, nein, Redi. Fabo kämpft. Ich bin 1. Ich habe Stress. Ich bin beide. Ich bin beide. Die sind alle hier. Sehr knapp alles. Ich brauche einen Blitz, wenn es geht. Wenn du was auf der Bestellliste hast, bitte. Ich bin 2er. Gib mir irgendwas, bitte. Fab 1. Oh mein Gott, war das knapp. Alter. Ich muss 5-4. Alter, fahr, 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 fahr. Ist es okay, ist es okay? Nein, nein, ich war es nicht. Ist es okay. Ist es okay. Ist es okay. Ja, es ist wirklich okay. Es ist wirklich okay. Ich glaube, die haben kaum Punkte. Fabo, sehr schön. Eli gut. 6-7. Ihr wisst nicht, was ich für Stress hatte. Plus, minus 0, ne? Ja, ja. Ja, guck mal, wir haben sogar Punkte. Ja, okay. Wir haben 2 frei gemarnert. Ich muss einfach nur einen Gang hochfahren. Wenn alle so weiterfahren, passt das. Das geht sich dann nicht. Wie der Phönix aus der. Julius, DeVolver und Felix. Dann lass uns doch mal Käse nehmen von Edi. Bitte, ja. Und behaltet die Pilze. Die Pause. Das war die Pause. Ich weiß nicht, wir fahren so gut seit der Pause. Auch voll hätten wir gewinnen müssen. Ja. Oder was haben die für einen Start? Ey, immer Ding fahren. Links. Und dann die Abkürzung. Dass ihr auf dem Schirm habt. Ich f*** direkt. Sehr schön. Ich bin hinter euch. Ich bin letzter. Alles gut. Wer sind denn 3? Boah, die werden nicht mehr 3? Wie, was hat der Team mehr? Röde wurde geklaut. Mir die hinter sind 3 Grüne, pass auf. Wie, was hat sie selber ab? Ich hab die Rot am Arsch und kann sie trotzdem an. Ich bin 1, 2. Ich bin hinter Reeps und Sane. Das ist so krank. Ich hab die Rot am Arsch. Ich überlasse, Mickie den zweiten erstmal. Mickie von mir in der Rot. Ey, Gänse Arsch. Oh nein, Frau, bitte. Oh mein Gott. Ich bin erster. Der Mickie so aus dem Spiel genommen gerade eigentlich. Hä? Ich bin Geist, Eli. Ich bin hinter dir. Leider Anzeige backen. Es ist der Snipe. Ja, Eli, ich bin jetzt hinter dir. Die sind 1, 2. Ich krieg' ne Mütze. Ich wurde weckgetrötet. Werde Jungs? Reeps hat eine rote Eli, halt was am Arsch. Halt was am Arsch. Hab ich gekickt. Mach du oder die? Brauch ich. Jungs, kämpf, kämpf. Reeps hat ein Bumerang, Eli. Mal Digger, ich kann nichts machen. Sie hat, ich bin nichts zu hat. Das kann nichts machen. Alles gut, wir sind 2, 3. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Gib Gas, trotzdem im Oroch. Pass auf deine eigene Bananen auf. Geh weg, ich schieße auf Miki. Mach. Glaube ich nicht. Oh, okay. Ich bin, ich bin tiefen. Ich bin tiefen. Ich bin tiefen. Wallach, Bruder. Wallach, Bruder. Pass, ich bin tiefen. Pass, ich bin tiefen. Pass, ich bin tiefen. Pass, ich bin tiefen. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5. Ja, ja, alles gut. Okay, Eli, Wallach, ich hab... Ja, ich hab nichts leften. Ist an Lucky, ist an Lucky, alles gut, alles gut. Ich bin vorne. Boah, stark, Leute. Schon wieder keinen für den ersten, schon wieder keinen Platz. No, nö, dann gewinne ich plötzlich nicht, oder? Das ist krank, Digga. Okay, Luis, ich hab's euch gesagt. Ich bin Luis Hamilton 2021 Brasilien. Fuck yes. Käseland. 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 Also, wenn wir das hier noch verlieren, dann kotze ich im Strahl. Also, sinnvoll nutzen. Absoffen jetzt, Leute. Feuer ab. Schlechter kann es nicht werden. Wenn auf zwei sein ist, ne? Was solltest du sagen? Jungs dran denken, es gibt nicht viele Itemspots. Deswegen... Nee. Es gibt zwei Stück. Warte, oder zwei? Echte? Ja, zwei. Ja, es gibt nur zwei Itemspots, deswegen richtig clever sein. Am Ende kannst du mit Pilzen auch nochmal abholen. Äh, richtig einholen. Weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. Schön, Medi, ich hab's gesehen. Warum ist er aber weg jetzt? Medi 3 ist 4, Refabo, okay. Bin hinter dem... Miki? Haben Miki gef***t. Alles gut, alles gut. Kann mich zweimal schützen? Ich hab mit Bröder, wir müssen nach vorne irgendwas. Hab Reapers gef***t. Ich f*** jetzt in der Luft. Bitte, bitte, bitte. Mach, 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 mach. Ist, was, was, was haben wir hier am Start? Hab die 1, hab die 1, hab die 1. Oh, ich warte mal ein Fick noch. Boah, ich bin crazy durchgepast. Hab mich die immer gef***t beim Stern? Gut. Ich bin 3 Sane vorne und wie fast vorne. Ich bin 4, ich bin 4. Ja, wir können so lassen. Wir können so halten. Wir können so halten. Denkt an eure Items. Denkt an eure Items. Haltet so, haltet die Mauer. Haltet die Mauer. Okay, ich versuch vorne zu. Nicht Elie, nicht Elie, nicht Elie. Ja, okay, okay. Ich kann aber auch nicht nach vorne feuern. Warte, dann, warte, dann, warte. Geh nach rechts, geh nach rechts. Jetzt, 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 jetzt. Feuer alles ab, was du hast. Ich hab 10, nee, hab ich nicht. Ich hab 10. Ich hab... Ich hab... Ich hab 10 noch geholt. Ich hab 3. Ich bin 3. Stark, stark, stark. Der Ende, Louis. Boah, stark. Boah, gute Teamarbeit. Guck mal. Es kommen keine Ersten, es kommen kein Dings da. Und die werden in den Arsch gef***t. Und jetzt f***en wir die. Jetzt f***en wir die kleinen S***. Und ich f***e die kleinen S***. Und gib denen 10 Euro und die f***en. Ely, hör zu. Es war die Kombination. Spielen und gehen. Habt ihr das gemerkt? Kontrollierte, einfache Calls. Gehleit miteinander. Gehleit. Gehleit, Gehleit, Gehleit. Gehleit, Gehleit. Gehleit, Gehleit. Gehleit, Gehleit. Ey, Jungs, bravo, bravo, bravo. Wir sind die besseren Fahrer. Wir sind lecker. Wollen wir Baby-Packets nehmen als letztes? Nein, Gehleit, Gehleit. Ist letztes Rennen? Bevor ihr so rüberspringt. Pilz behalten, egal was ist. Und nehmt Minzen. Der schmale Thaler. Ja, ihr müsst die Pilze aufbewahren. Es ist der schmale Thaler. Auch wenn es verrückt fängt. Ich könnte Zane ficken. Soll ich Zane ficken? Ja, ficken, 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 ficken. Immer alles, was geht. Ja, am Anfang richtig reinfeuern. Zane ist weg. Boah, hab keine Items. Alles gut, wir sind alle hinter. Wir sind 1, 2, 5 oder so. Nice, Ely. Das ist der Bumerang. Dann ist das Jürgen. 1, wer ist 2? Ich hab Bumerang. Ab ihn. Gänse Arsch. Wer ist 2, bitte. Ich bin 4. Nicht wir, nicht wir. Ich bin 1. Ich hab doch nach hinten geworfen, Bruder. Hier sind alle auf dem Auge, ne? Ich bin 3. Ja, ja, wir haben das, ja, wir haben das. Boah, 2, bitte. Ich zeig, ob wir passen. Boah, er hat sich so gebummt. Ich weiß auch mal, bis jetzt durch die Luftwaffe hingehen, ja? Ey, Bruder. Bruder, geh doch ein bisschen. Check's, Bruder, Mix, check's. Bruder, geh mal ein bisschen. Wenn er ist da? Ich bin zu fache, gerade mein Ausweis für extra Taten auf den Katzen. Ja. Ich träum mich. Treff mich nicht. Sie treffen mich. Jungs, diese 1, 2, 3, bitte. Nein, bitte. Diese 1, 2, 3, 4, 5, bitte. Ich kann es tun. Oh, ich bleib nicht von mir. Wir breaken sie, wir breaken sie jetzt. Ey, ich schwöre mir die, Jungs. Ich glaub, wir haben, ich hab die 4. Ey, ich schwöre mir die. Ich hab eine Funktion. 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 Es ist die Rakete. Es ist jetzt, mockt er wieder diese Nachrichten, provozieren mich so geisteskrank. Ihr Schwänze, was willst du machen, wenn 4 Leute einen attackieren? Ich pilze am Ende, Leute, jetzt. 3 Pilze. Smash, Bro. Smash, Louis! Easy, easy, easy. Willi 3, ich 4. Willi 3, ich 4, wir haben sie gebraucht. Louis is fucking hammered. Digga, ich habe gerade einen von der 9 aufgefahren auf die 4. Junge. Und dann sind alle mit Pilzen an mir vorbei. Ich hab alles vorne gef***t, dass ihr hingehen könnt. Medi, ich war auf der 10, auf die 3. 24 nochmal erschienen, Jungs. Get in der, get in der Louis. Und jetzt ist es ein Babypack. Es ist, oh, okay. Okay. Ist gut, die Map. Ich schuldige dir das. Ich schuldige dir das. Denk dran, wo Münzen sind hier OP. Und am Ende kannst du mit einem Pilz nur mit einem noch einen rauskloppen. Wisst ihr, was ihr bekommt? Ihr kriegt einen Hamilton 2021. Ich starte von der 9 und werde 1. Und da sage ich nicht mehr. Ja, Hamilton 2021, mehr brauche ich nicht sagen. I know you know. Ja, ich schuldige mir. Well, dann, Louis. Great time. Hey, Jungs, wenn wir gewinnen, dann sagen wir mal. Geh. Hey, ich muss köst, ich glän. Ah, der geht sie direkt. Die dürfen sich nicht formieren. Hab, hab, hab. Reapers hat gerade nichts am Arsch. Louis Hammer time. Keep going. ich habe eine rote ich halte es einfach erst mal schießt und ich mache ihn da weg nein nein ich bin hinter dir okay ich habe ihn gemacht geil 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 hinter dir sehen das bescheid wir leben gefährlich sind 1345 ich bin auf der 2 ich brauche vorne ja ich bin vier okay haltet alles ihr seid aber wir sind vorne ich habe zwei drei vier ich gehe links ich gehe links ja ich bin doppelt okay noch nicht war viel wie was kriegen oder wo ist was alles ist alles gut wir sind gut dabei aber macht noch mal was sehen ist rakete er kommen sie kommen mit rakete ich sage ehrlich das wäre es eigentlich gewesen in der nächsten runde jetzt ist es auch nicht mehr und ich habe gesagt ich starte als neunter und ich ende als erster und sonst habe ich nicht wieder schlecht oder so wieder die jello hier 40 punkte voll starb wichtig ist ja ja ich bin da wenn wir es so weit drehen und das ist ein ganz großes ziel das ist so wie darmstadt in die bundesliga gestartet ist ok ich kann mir eigentlich haben möchte ich das mit dieses team in sender kann ich könnte euch selber einladen ihr kriegt alle jahre ich meine wir gehen gemeinsam ja wir gehen dann gemeinsam die 20 28 28 baby wichtig wenn wir ihn brechen er ist wie er ist wie der mit wie der kopf der schlange wenn der ab und ist ich bin hinter dir 1 2 zu doppelt ja ein bisschen safety zwei sachen zu blocken nichts er hat eine bombe also wenn er mich aus gewesen ich bin fünf ich muss flinken ich muss flinken das ist so krass ich komme oh mein gott ich glaube ich habe den volley genommen ist es aus ich habe Bombe auf der fünf wo seid ihr werfe einfach werfe einfach knallhart was ganz scheiße mach einfach mach mach einfach das ist in der mitte es ist in der mitte vor die roten oh mein gott was seid ihr ich habe eine bombe ich bin acht sieht nicht gut aus bei mir ich hasse aber auch diese mappe ich schwöre ehrlich ich bin drei ich bin sechs ich hab drei rote ich attackiere sie vielleicht wir sind hinter dir den hat eine bombe auf der 2 Zane hat eine bombe auf der 2 ist weg er ist glaube ich weg ja ja ich habe auch Bombe ich habe links weg wie hast du mich vorne geworfen dann fick ich dich er hat mich gef***t du hast mich gef***t er hat mich gef***t alles du ey du hast du die nach vorne geworfen ja ruhig je bega je bega je bega er hat mich auch gef***t oh mein gott Zane hat einen Pilz und hat mich gef***t ich konnte nichts machen ich hab die drei geholt bei Speziale egal 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 der Basta oh ist ok ist ok ist vollkommen auf wie soll man das mit der bombe am besten machen aber brate halt sie erstmal hinter nicht einfach werfen bruder du musst es callen du musst du darfst sie nicht nach vorne werfen du machst sie hinten dran und kannst sie dann platzierter legen weil wenn du sie wirfst ist es quatsch jetzt seid ihr wieder alle da oder chat jetzt seid ihr wieder da wenn Jello auf der 2 ist dann kommt ihr wieder alle aus euren Laschern da seid ihr wieder so kenn ich euch genau ey das ist das KitKat Feuer ab wenn jemand abgefeuert werden will immer um die Ecken mit Pilzen einfach durch das ist das Berghain ein das in 5 weg ein für ja die das in 15 Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Plus. Ja, ein bisschen Plus ist noch. Mit Millie auf zwei, Fabo auf vier, passt das. Das ist okay. Sechs Punkte. Sechs vorne, passt. Vega, ihr habt nicht gesehen, was ich gemacht habe. Okay, wir brauchen einen anderen Song, der ist es nicht mehr. Äh, we go B. Okay, guys, I'm back to rank. Oh, was, Digga, wie kann ich da eigentlich checken? Wir führen mit sechs, ne? Ja. Ja. Die sind alle vorne? Die sind eins, zwei, drei. Soll ich schon erzählen? Ja, aber da kommt was, Edi? Ja, nee, das ist nicht mehr. Cool. Immer noch eins, zwei, drei. Ich bin vier. Ich hab nichts. Ich hab drei Beine an. Wir brauchen einen für den ersten oder den letzten. Ist das überhaupt an? Ja. Ich lasse alles liegen. Ich hab eine für den ersten, die kommt gleich. Mach, mach, mach. Und dann? Fahrt außen, fahrt außen. Hast du einen für den ersten? Nach außen, fahrt außen. Schön. Ich glaub, der vier. Jetzt geht es. Der Drohr hat's getroffen. Hast du noch was? Okay, okay. Ich hab's gesagt. Die haben eins, zwei, drei, ne? Ja. Kannst du weg? Oh Mann, Alter, Digga, das. Achtung, Rocket Count, Mitte weg. Mitte weg. Schattakier sie. Oh, die Runde ist hart, Jungs. Oh, die Runde ist hart, Jungs. Auch, komm, weiter, 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 weiter. Ich bin sehr toll. Im Doppel. Ich brauche auf einen Blitz oder so, Digga. Oh, wir turnen hier alle mit Sternen rum, aber die uns nix kriegen. Heute ist Mitte fett. Ja, was macht der, ich dritte nach rechts? Na links, what the fuck? Ey, die haben uns komplett gepickt, glaube ich. Digga, das ist ganz so... Nee, wir haben Mittelfeld. Nein, wir liegen hinten. Nein, ich glaub das ist... 1, 2, 3, ist krass. Jetzt in die vorne, jetzt in die vorne, Jungs. Wir müssen wieder drehen. 6 Punkte. Ich hab so in den Arsch gekaut. Acht Punkte haben die gut gemacht? Ja, 1., 2., 3., 1., 2., 3., Wir haben 14 Rückrunde noch. Äh, Jungs, der dritte. Wir sind ja auch hier auf dem Schirm. Äh, nicht viele Items. Acht Punkte ist nicht viel, Jungs. Acht Punkte ist eine Runde. Wir holen uns jetzt 1, 2, 3. Ey, es gibt nicht viele Items-Spots. Boah. Ach, Bruder. Weiter, weiter. Nicht jetzt aufgehen. Noch nicht. Trieb's ist auch hinten. 5. Ihr schießt nach hinten. Scheiße, Trieb's. Verrückt hier. Ohne Items ist hier ja schade. Wie passt das hinten, Jungs? Wir sind hier vorne. Bruder, das ist behindert. Ich bin 1, ich bin 1. Ich bin 4. Miki hat 2. Nee, du bist 3. Halt, 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 halt. Scheißegal, bravo, bravo, bravo. Schlag, schlag, ihr habt 1, 2, ihr habt 1, 2. Wer ist 3? Ganz schnell. Oh, er droht, oh, der fickt euch. Ich fick ruhig jetzt. Aber wo hatten wir recht? Tag drauf. Ich brauche ein Blitz. Jetzt oder nie Nintendo. Ich habe euch geschrieben. Oder hier ist ein Gangbang, Alter. Ich habe euch geschrieben, Nintendo. Wie sieht's aus, Jungs? Gut, 3. Positiv verweibs. Negativ. Ich habe 10 gefickt. Jungs, es sieht gut aus, sie gut aus. Negativ verweibs. Wer ist 1? Okay, Roat und so sind hier hinten. Wir passen 1, 2. Miki, 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 ihr seid gut. Nur noch verteidigen. Wir sind 2, 3, 4. Verteidig, verteidigt. Ich habe Miki weggemacht. Seid ihr 5? Ich habe ja 3, 2, 2, 2. Wenn jemand kommt, ich kann schießen. Ich habe 1 von denen. Ich mache Phantasie, Jungs. Ich mache kranke Phantasie. Ja, ist das krank, irgendwas hier. Ihr habt das vorne, ihr habt das vorne. Ich bin 3. Ich habe 1. Ich habe Reap's. Ich habe Reap's Gold. Ich habe die 4. Ich habe irgendwie noch bekommen von denen. Ja, ich habe Reap's Gold. 1, 2, 3, 4. Oh, mein Gott, Miki, was hast du mit Reap's gemacht? Ich habe Reap's gefehlt. Ich glaube, es ist ganz knapp. Wir haben auf jeden Fall Punkte gut gemacht. Aber es ist ganz knapp. Zwei Punkte. Okay, Miki, hast du ihn noch überholt? Zwei Punkte, Jungs. Zwei Punkte. Wie viele Rennen noch? Ich habe irgendwie ihn weggehauen und irgendwann geholt. Keine Ahnung. Ich glaube, zwei Rennen noch. Okay. Nee, eins noch. Eins noch. Zwei Punkte. Käseland. Käseland. Oder Sonnenflughafen. Oder Marius, wir müssen was machen, was wir können. Ich sage Sonnenflughafen. Ich sage auch Sonnenflughafen. Oder Totzhafen. Totzhafenstadt. 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 Totzhafenstadt war sehr gut. Oh, mein Gott, das blaue. Ach, ich scheiße. Ach, du Scheiße. Egal, komm. Egal, Leute. Zwei Punkte, das ist so drin. Wer kommt denn darauf, die im Map zu nehmen? Warum hat Zayn 36 Punkte, Digga? Wer spielt für den? Letztes Rennen, Jungs. Jetzt oder nie. Ey, denkt an die Mützen und lehnt euch nochmal nach vorne, bitte. Zwei Punkte. Es ist einfach nur, wer jetzt besser performt. Kommt, kommt, kommt. Kämpft und callt. Bis zum nächsten Mal. 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 Und jetzt fahrt ihn was anderes ab, vor allem, was uns Habs geht. Okay, oder? Eli, ich möchte eine Entschuldigung haben, mein Freund. Ja, heute war es sehr gut. Gebe ich zu. Okay, danke, 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 danke. Elias. Ey, Quacko, danke für drei. Kein, danke für drei. Ja, was ist? Der beste Spieler war Blitz. Sag es, mein Bruder. Wer war besser? Ja, wer wird sich für ein veräterisches Schwein angesprochen werden. Bei 5,1 einfach Blitz? Oh, doch, kann sein, dass es wieder passieren wird. Gönn, gönn, dein Herz. Ja, da erhofft damit, ich schwöre. Gönn mir mein Herz. Gönn mir mein Herz. Mit Herz, Bruder, diese 1,2 Kals, mach dir das. Chili mit Blattgold einfach. Am du die la, Bruder. Steuern, dies, das, 600 machst du weg, mein Bruder. Am du die la, mein Bruder. Warum tritt der jetzt bei uns allen nach mit den Steuern? Das ist krass. Jetzt muss er das versteuern? Ich weiß nicht, wie es in Österreich abläuft. Frag mal Micky, ob er das versteuern muss. Ich glaube, in Österreich ist es tatsächlich irgendwie so... Das ist auch so fortvoll wie beim Thema steuern gewesen. Ja, oder? In Österreich zählt tatsächlich der E-Sport noch als Glücksspieler und das will ich versteuern, oder? Ja, das ist echt so, das ist echt so. Nein, das ist nicht wirklich, oder? Doch, doch. Nein. Weil theoretisch jeder gewinnen kann, der da mitspielt. Ja, nein, nein. Nein, nein, Feuer! Die Deutschen werden so in den Arsch gef***t, das kannst du dir wieder nicht vorstellen. Die reichen mir mit einer Hand, sagen die GZ, dass du gewonnen hast, und jetzt gib uns die Hälfte, du B***er. Die klopfen sofort wieder. Da auch nochmal Liebe geht raus an ADAC, dass sie das Ganze hier supported haben. Ihr könnt das Ganze gerne nochmal abchecken, besonders auch die ganzen Tarife. ADAC Young Driver Mitgliedschaft, die ADAC Young Mitgliedschaft für junge Leute. bis 23 Jahre, maximal 29 Euro im Jahr. A, das ist ungefähr, rechnet euch aus, das sind ein paar Döner. Das sind ein paar Döner. Wir sind da, wenn du unterwegs bist. Sehr, sehr cool, dass wir das Ganze hier supported haben. Ist wirklich eine super Sache, wenn ihr mal einen Platten habt, eine Panne, etc. pp. Immer, immer super. Und falls ihr nicht unter 23 Jahre alt seid, dann müsst oder könnt ihr euch gerne auch andere Tarife angucken. Hier, Tom, gebt euch ein paar Tarife raus. Du bist älter als 23, dann könnt ihr zum Tariffinder und könnt dort auch noch andere Tarife für euch raussuchen. Also hier nochmal abschließend, Liebe geht raus an ADAC. Gerne, gerne, gerne wieder. Bis zum nächsten Mal.